hallo und herzlich willkommen zu einer neuen folge der 11 19 auf der karte häufiger mal aus der tv da ganz erst ein paar karton paletten für das neue produktion und das letzte fall gekauft haben und sei denn schlachter der autobus senden so die kür die erste fuhre werden auch schon da gewarnt von unserem namen tier express er müsse ich habe es fast gemacht bei der trailer und das war relativ flach ist das ist ein jügel drüber kommt da hinter jetzt mann 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 ich bin sehr ärgerlich so waren anderen lehrpaletten in karton z 1 1 1 1 2 1 1 1 anders thema so kann man da stehen bleiben dass wir ein paar paletten dann wieder lockt laps genau der lachs schon angehenden erlaps und geht ja ein level ist ein stück älter lehrblätten 24 stück ok leider bleibt damit auch was das hat genügend glaube ich die erste zeit ja mein gott dann kann man verkaufen also dramatisch und alles geil also ansonsten geht das schon mal wieder fischerei die wir was von uns schönes hat einen leckeren geilen fisch da mal schauen der die ist da die ersten blüge wenn geschlachtet so graben und hummer ich hoffe jetzt gab man noch mal gibt bei den verkaufspunkten bei einigermaßen den gleichen preis graben sch ericke und glügel okay das geld ist ja damit so ein bisschen renten wir haben zum bergobanzer hier sehr schön ist der produktion zum beruf genau ja 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 schon wieder drei uhr abends also morgens wir sagen wir schon mehr spieler spieler ist ja gewohnt der kapitel trailer die werden aber wir sind so schieben den lachs ein Problem für so ein Problem wie für mich dann würde ich da oben so ein Stück 30.000 ja mal schauen das ist aber so wird das sieht ja nicht so aus Rinderfleisch, Wurst, Leder jetzt weiß ich aber nicht äh Leder, älter Wurst äh Rinderwurst äh 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 19 Bahn ist auch nice eigentlich könnte man den losschicken also hier unser Gülle Express äh 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 so und dann der schenkei Gülle fahren sieht ist schon so groß schon mit Dunkel drauf nein äh ist nicht wohl damit also warum denn nicht ein durchstufen schaden haben soll die Gülle nicht dass er überläuft da haben wir ganz groß mal höher das war ja alle schaden guck mal ja äh äh gar kein Problem kann auch gerne helfen so so wenn du schon eine geile Maschine muss man sich dazu sagen dann macht er schon gut ich glaube einmal rund muster cpv noch waren so so der feuer man nirgen so so jetzt kommt ja natürlich alle an ja ja das wird man gar nicht mal so viel runter was geht denn jetzt schon ab ja gut das ist ja gar nicht mal so schlecht so wurde dann jetzt gesagt und immer jetzt und humor aber zum ediger ja wo zu ediger so jetzt wird er Ich muss noch eine kurze Pause hier So Ah, jetzt war der Kurs einfach nur Jetzt kommen wir jetzt, ich werde noch nie da unten gedüngt In der anderen Stufe wäre schon alles Weiß gar nicht, liegt sich das dann auf dem Stroh auch noch aus Also das war mehr Stroh ausbekommen Meist ich, das ist ja gar nicht In der Fall sehr viel, sehr viel mit Stroh anbauen Für die Kühe und für die Pelletproduktion Da geht schon einiges durch Oh, das war knapp, war auch na gut So, äh, F-16 Güll Ja, F-16 zu, äh, Gülle, zweit jetzt mal zu F-16 Alle Einzelnen, größte 30 Meter Welter F-16, 36 Meter Okay Ich muss generieren Welter F-16, 31 Meter Und dann fährst du Von F-16, da hin Von F-16, da hin Ja, das wär so Kein Ladgut dazu Ja, aber jetzt schon was, oder? Was soll ich machen? Ja Äh, Ladgut, kein Ladgut Ja, Ladgut dazufügen Ja, Ladgut dazufügen Ja, wirklich Spaß So, ich kippe mir jetzt wieder Wo ist die Dage rein So Genau Na, jetzt bald ist er werde Schrauben auch So, hat er mir gesagt Kommt zum Edeka Ich hab's lieber vergessen Edeka Humor, oder? Edeka, Humor Humor, Humor Ähm Z U, Z Genau Du hast das hier Ausschalten Humor 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 und Omega Humor 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 Wappen Und Humor 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 Krapen Hall die akum haben gestern zum lüter beruf das auch ja fast hat so nah ist es mal ja also ja wir einsam nicht verbraucht so aus punkte und die Alter. Da war halt immer so das Geld hoch, hm? Okay. Ist das schon leer? Jetzt schon? Okay. Nein, das ist echt zu langsam hier. Hier ist perfekte Geschwindigkeit zum Arbeiten. Da ist tibidobby. Ah tibidobby, 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 tibidobby. Mit Glück wenn wir runterfahren jetzt langsam wieder. Gut. Sehr schön, kommen wir jetzt noch mal hier vorbei. Ja, aber auch, sehr schön. Wir sehen, dass funktioniert hier. Dann drauf. Das geht aber gerade so. Genau. Oh. Yo. Oh. Was ist das denn gerade? Alter. Ich hab den nicht effekt gesehen. So bei mir mal genau. So. hab mir die Schube gegeben. Mit allen, die ich aber so hatte. Das sah auf jeden Fall mir ja geil aus. Ich würde jetzt gerne die Folge auch wieder gehen. Aber. He he. Ja. Fuchs. Da muss ich den wieder nur einstellen. Na den Kurs. Äh. Nicht einfahren. Aber. Liebes was ich meine. Jetzt erwarte ich jetzt bis runtergefahren ist. Ich würde die wieder runter schicken. Und dann passt das. Was er lachs. Ja, das war mir alles lachs. Machen wir es gerade. Dann. Morgen nehm ich für zwei Folgen. Ich mach auf. Oh Gott. Ich hab das jetzt so gemacht. Ich würde jeden Tag zwei auf. Er wundert mich hell. Warum denn jetzt zwei. Äh. Wenn er dann nur einmal am Tag oder einen bringt. Sieht genau. Das hat richtig. Aber es hat einen Grund. Falls ich mal. Aus ihm. Ein Grund war. PC Schrott gegangen ist. Was weiß ich. Ich kann es nicht sagen. Eine Woche man nicht aufnehmen kann. Oder sowas. Habe ich schon. Aber hauptsache. Äh. Videos. In der. Mache sei jetzt mal. Also ich war. Ein Vorsprung. Sag ich jetzt mal. Oder falls ich ganz dann sollte. Aus irgendwelchen Gründen. Was halt. Hier. Davon nichts spürt. Oh. Dass ihr dann. Mal Videos. Habe ich habe. Ein Puffer. Sache. Eingebaut. Dann. Schon krass. Ein Tom. Er kann. Vorgestellt. Er kann. Er kann. Er kann. Er kann. Er kann. da bist du schon mal oder der deutsch tausend 400 leer dann ein stoß ist am groß geht dann in nächsten folge das ist so frei haben die nächste folge mit röschung gesetzt das nächste wählter müssen wieder zeigen wo ein spezialeinsatzgebiet ist dafür vom ladwagen ja ich habe mir schon das ist ein bisschen leider noch um oder ein bieter vielleicht kann man auch davor spannen aber der bieter muss man ansehen naja gut ja müssen wir gucken wir gucken dass er alles ergibt sehr schön diese vielleicht ist mir schon mal da rein haben wir ja auch dann geliebt ich will gucken wie schraubt ja da kann man gut ausgleichen muss man sagen ich sehe auch er wird sie echt gar aus damit sind nicht effekten seit jetzt schon heißer aus sie war da noch mal so schicken dann auf jeden fall vier minuten alle freunde das mit der externe folge sehen also dann spätestens morgen wieder ist jetzt als spätestens mal wieder zu einer folge ist als auf den karten frischer marsch wer später in folge ls 19 wort mal der füte oder ids aussehen wollte ich habe mir schon mal vorbei weil es kommt einmal eine woche fort eine woche der füte und eine woche ist zwei und schönen tag aber ein gesund und ciao aus der wii